C-Restfaktor ist hier ein anderer Begriff für Scheitelfaktor, aber ich erkläre den Begriff hier einfach nochmal. Scheitelfaktor ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Wechselspannung. Um den Effektivwert einer Spannung zu berechnen, benötigt man den Scheitelfaktor der Spannung. Wir wissen ja, bei dem Berechnen des Effektivwerts einer Sinusspannung geht man wie hier gezeigt vor U-Effektivwert gleich U-Spitze geteilt durch Wurzel 2. Die Wurzel 2 ist hier der Scheitelfaktor. Jede Spannungsart hat ihren eigenen Scheitelfaktor. Hier nun eingeblendet eine Liste der Scheitelfaktoren der einzelnen Spannungen. Zuerst einmal die übliche Sinusspannung hat einen Scheitelfaktor von, wie gesagt, Wurzel 2. Die pulsierende Gleichspannung im Sinus mit dem B2U hat ebenfalls einen Scheitelfaktor von Wurzel 2. Die pulsierende Gleichspannung im Sinus mit E1U hat einen Scheitelfaktor von 2. Die Dreieckspannung hat einen Scheitelfaktor von Wurzel 3. Eine symmetrische Rechteckschwingung, sprich ein PWM-Signal mit 50% Tastgrad hat einen Scheitelfaktor von 1. Bei einem PWM-Signal, welches nicht symmetrisch ist, also einen anderen Tastgrad hat als 50%, lautet der Scheitelfaktor Wurzel aus Periodendauer T geteilt durch Einschaltimpuls T1. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.